Ich würde sagen, die meisten meiner Songs sind auf eine gewisse Art und Weise archetypisch, weil ich das, was ich erlebt habe, nur als Startrampe benutze für das, was danach kommt. Und vielleicht war das das, was ich erlebt habe, vielleicht knüpft sich das da irgendwie an, vielleicht ist es das, was ich zu einem viel späteren Zeitpunkt erlebt habe, vielleicht ist es das, was ich gelesen habe. Es hat immer eine reale Komponente aus meinem Leben, anders könnte ich gar nicht schreiben, aber es ist nie genau so passiert und das ist auch nie mein Anspruch, weil Who Am I, dass diese Songs persönlich werden sollen, die Songs sollten eigentlich eher so eine Art Gerüst sein, wie so diese Holzpuppen, wo, nach denen die Maler malen und jeder Mensch, der lebt, hat so ein eigenes Kostüm mit, was er über diese Puppe wirft und dann macht sie genau für ihn Sinn in dem Moment und meine Puppe ist auch nur eine von weiß ich wie vielen Millionen Möglichkeiten im besten Fall.